Als Winter wie damals kann man der heutige 15. Januar 2021 bezeichnen, denn wir sind im Oberer Rittal mit einer Schneehöhe von 60 cm, lokal sogar noch ein bisschen mehr, aufgewacht und das hat laut der ZAMG auch erst dreimal seit Messbeginn überhaupt gehört, so eine Schneehöhe. Und wir haben einen Vergleich zum Beispiel im Jahre 2002, da lag die Schneehöhe um die 55 cm da in Vellkirch und im Lawinenwinter Galtür 1999 ist es ähnlich gewesen, aber wie gesagt, davor, das letzte Mal ist diese Schneehöhe von über 60 cm erst vor etwa 63 Jahren vorgekommen. Ja und damit begrüße ich euch zu einem neuen Wettering Regionalwetter. Alle, die heute Morgen aufgestanden sind, die haben ordentlich Schufler oder Schneefräse müssen, es liegen verbreitet, so im unteren Rittal um die 30 bis 40 cm und im Oberland, so ab Vellkirch geht es los mit 60, dann sind wir in Schnüffis zum Beispiel bei 70, 75 und in Bludenz ähnlich. Wenn wir dann weiterrufen gehen, ins Mund davon, zum Beispiel hinter dem Patenadina, da haben wir Fotos gekriegt von bis zu 135, 140 cm an Schneedecke, also gewaltige Mengen, die dort auch gehabt sind. Ja und wenn wir dann noch eine Stufe höherrufen gehen, zum Beispiel am Christberg, da liegen so um die 160 cm, auch in der Müls 160 cm und noch einen Stock höher Fontanella oder Lech 170 cm, der absolute Höchstpunkt, was die Schneedecke anbelangt, aktuell in Bartha-Maulberg mit 180 cm und das kommt wahrlich nicht jeden Winter vor. Vor allem nett, dass das in so einer kurzen Zeit gefallen ist, eben der Film über die letzten 48 Stunden, den sorgen wir euch am Schluss von dem Video im Detail sehren, wie die neue Schneemengen zusammengekommen sind. Der Nachmittag heute, der bringt, verbreitet den schon erst die Auflockerungen, zum Teil noch Nörbelfelder und in der kommenden Nacht, da wird es klirrend kalt, selbst heute im Rietal sind wirklich nur noch so um die minus 8 oder minus 10 Grad, das heißt der Schnee, der wird relativ fest und dort, wo wir jetzt noch nicht gebahnt haben, dort wird er sich auch verhärten, weil es von unten herangefroren ist. Ja und der Samstag, der bringt den Sonnenstrahler zum Teil noch bis am Nachmittag recht verbreitet ohne Wolken und in der Nacht auf Sonntag, da zünden die nächsten Wolken auf und bringen uns mit einer Warmfront aus Westen erneut zum Teil recht starke Schneefälle. Wir schauen uns in diesem Modell noch an, wie viel Schnee zum Erwarten ist, also durchaus so zwischen 15 und 20 Zentimeter, die im ganzen Ländchen fallen, aber es kann auch sein, dass durch die Stau-Effekte, zum Beispiel im Bregenzerwald, aber auch im Wallgau und südlich davon erneut von 30, zum Teil sogar von 40 Zentimeter die Rede sein kann, die ihr dann bis am Montag in der Früh zähmen könnt. Also der nächste Schnee, der wartet schon auf uns, rum und das, was in Rätselnäck rumt, dann auf jeden Fall auf die Seite und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte und vor allem an die Winterdienstler, die ihr jetzt seit zwei Tagen unermüdlich und ohne Pause dran sind, ist die Straßen frei zum Rummen. Alle Wetterinfos finden wir wie immer auf wetterin.de, speziell auch das Profi-Wetter, das euch zeigt, wie viel Neuschnee in der kommenden Stunde zum Erwarten ist. Falls ihr euch noch keinen Service abonniert habt, könnt ihr das da machen, dann bekommt ihr per E-Mail oder auch per SMS eine Warnung, wie viel Schnee denn zum Erwarten ist in der nächsten Zeit. Vergesst noch nicht unseren YouTube-Kanal zum Abonnieren und Liken, genauso wie Facebook und Instagram, das würde ich sehr freuen und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen, winterlichen und kalten Nachmittag. Mein Name ist Lukas Alton vom Wettering, ciao miteinander. Untertitelung des ZDF, 2020